Jesus Digga, der tut ne Packung offene Cornflakes Was? WAS? Digga, die ist einfach offen Wie kann man die da so reinlegen? Guck mal da, die ist offen Er wusste auch, dass die offen ist Guck, so So, was macht der denn da? Hä? Er hat vorher reingeguckt und sieht so, ja die ist zwar offen, aber da ist noch gut was drin, die nehm ich mit Und tut sie so in den Beutel Kann man zeigen? Was soll das? Ich wollte jetzt den Toppen und derby für die Mieter